ARD Text im Auftrag von Funk Alles okay? Ja, alles super. Sicher? Ich weiß nicht, ob das so ideal ist, dass Daria unisono singt. Fachsprache. Findest du nicht aus? Ja, ich singe auch im Gemeindechor. Ähm, Mädels, Gret hat einen Vorschlag. Ähm, ja, vielleicht wäre es besser, wenn Daria net herztiefer singen würde. Was laberst du denn, Mann? Meine Stimme ist der Hammer. Ja, ja, ja. So habe ich das auch nicht gemeint. Ich dachte nur, wenn die zweite Stimme tiefer wäre, dann würde es insgesamt noch viel besser klingen. Peter, nur wegen deiner Mama musst du dich hier nicht so ausspielen. Wir probieren es einfach mal, okay? Daria, sing mal ein bisschen tiefer. Ja, aber dann fehlt doch eine Stimme. Kannst du die singen? Ich... ich... weiß nicht, ich... Mir zuliebe. Machst du schon. Pass auf. Nee, oder? Carlo, echt jetzt? Was denn? Ihr könnt euch doch ein Mikrofon teilen. Glaubst du wirklich, du kannst einfach so hier hinkommen und meine Stimme klauen? Daria, kannst du bitte aufhören? A Cappella auf drei. Eins, zwei. I know you like me. I know you like me. I know you do. I know you do. That's why whenever I come around, she's all over you. Over you. Refrain? Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was fine like me? Don't you? Tell me, don't you, baby, don't you? Genau so. Ich hab gedacht, du bist so ne Öko-Olle, die von nichts ne Ahnung hat. Das war ne richtig gute Idee. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.